Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tuesday is Tuesday seit knapp fünf Jahren. Schön, dass ihr wieder am Start seid und schön, dass du am Start bist, Adrian. Herzlich willkommen. Ja, erstmal, ich freue mich, wenn wir beide gestern mal los waren. Und da muss ich dich direkt erst mal drauf ansprechen, weil ich habe es extra im Vorgespräch nicht angesprochen. Ja, du warst bei DCVDNS. Geil, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja, es war extrem. Gibt es den Bro noch? Ja, ich war auch überrascht, also es hat mich sehr gewundert. Und ich war ja kniebedingt, stand nicht fest, ob ich es hinschaffe oder nicht. Jetzt ging es halt und es war echt todesgeil. Also ich bin schon lange großer Fan, war auch überrascht, dass er noch auf Tour geht, war sogar ausverkauft. Headcrash in Hamburg ist jetzt auch nicht so die biggest Location, aber der Bro hat abgerissen. Das war crazy, wirklich. Also ich wirklich, DCVDNS, ich habe tatsächlich auch schon mal ein Konzert von ihm gesehen, aber es war ein Teil von einer Tour, die es heutzutage nie wieder so geben würde, denn es war DCVDNS, 257ers und Genetik. Ich kann mich erinnern, ja. Und die Triple, das war im Logo in Hamburg, also auch für die Hamburger oder die hier aus der Umgebung kommen, halt wirklich nicht die größte Location. Und die drei da auf dem Serviertablett. Schon geil. Also ich bin damals nur wegen Genetik hin, so 257ers fand ich ganz in Ordnung, aber jetzt auch nicht krass. Und DCVDNS muss ich echt sagen, ich war froh, als er von der Bühne gegangen ist, weil, ich weiß nicht, er ist für mich so Battleboy Basti ohne Skills. Skills, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, und da muss ich sagen, wirklich, der Typ hat so abgerissen. Also ich habe lange keinen mehr gesehen, der so Hip-Hop lebt. Also das war so dope, diese Atmosphäre, diese Skills. Das ist immer so eine Frage, ob das jetzt gut ist, wenn es sich wie von Platte handelt, aber der hat so on point gerappt. Das war wirklich beeindruckend. Ich war richtig geflasht, die ganze Zeit gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd. Und das war übertrieben geil. Also wirklich, wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt, checkt es aus. Das ist extrem nice. Crowd war auch übel geil. Nicht so mega Panne, wie man es leider von, ich sag mal, New Generation Deutschrap Artist kennt. Also das war wirklich eine OG Hip-Hop-Show, auch mit seinem Atzen-Manager Hermann Weiß. Der Typ, Alter, das war wirklich. Ich bin sehr geflasht, muss ich sagen. Nachhaltig beeindruckt. Der hat auch lange jetzt keine Mucke mehr in dem Sinne gedroppt. Also der haut hier und da mal so eine Single raus. Aber Album ist jetzt halt schon extrem lange her. Deswegen hat es mich halt auch so überrascht, dass er auf Tour geht. Ich weiß nicht, ob er irgendwie Kohle braucht gerade. Aber der Typ wirklich absoluter Motherfucker. Und es war sehr, sehr geil. Ich war ja am Freitag auch noch bei Dennis Die Stars auf ein Konzert. Auch in Hamburg. Also es war ein wildes Wochenende, muss man sagen. Das war halt auch geil. Aber da hat man schon gemerkt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er so ein bisschen eher New School ist, weil den gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Aber der hatte dann seine Texte teilweise noch nicht so ganz drauf vom neuen Album, was jetzt auch zu seiner Verteidigung eine Woche vorher rauskam. Aber da hast du schon so einen Unterschied in dem gemerkt. Das war dann mehr so entertaining. Da wurde dann über das Album quasi rüber gerappt, so wie es heutzutage ja leider mehr oder weniger Usus ist. Aber es war auch geil. Das will ich nicht sagen. Hat mega Bock gemacht. Aber DCV war dann nochmal so ein anderes Hip-Hop-Live-Erlebnis. Und extrem geil. Was war denn dein bester Deutschrapper, den du je live gesehen hast? Boah, Bro. Schwierig. Lass mich überlegen. Kommt jetzt zu sehr aus der kalten. Aber es ist auf jeden Fall, OG Kimo ist mit drin. Das erste Konzert, was ich gesehen habe, wo er das erste Mal quasi in Hamburg war. Aber das war auf jeden Fall geisteskrank, so von der Stimmung, vom Vibe, von der Bühne, wo die da noch auf den Tisch gegangen sind und der eingebrochen ist. Das war auch so ein bisschen so ein memorable Moment. Aber ich kann es hier so nicht verantworten gerade. Was ist denn bei dir? Hast du gerade was im Kopf? Ist dir irgendwas direkt eingefallen? Ja, Freunde von Niemand, Vega. Okay, okay, ja. Also das ist natürlich auch, weil das einfach mein Lieblingsrapper ist, aber auch einfach, du warst jetzt ja auch einmal dabei. War auf jeden Fall auch geil. Und das war halt auch eher mehr so ein Hip-Hop-Ding, ne? Ja, genau. Man merkt schon, wer jetzt noch nicht so lange am Start ist, ist ja auch fein, so funktioniert ja auch alles cool. Aber ich mag es halt dann wirklich, wenn man sieht, okay, der kann halt auch live seine Sachen rüberbringen, so mäßig, weißt du? Ja, total. Also ich, und da, also es kommt ja nicht immer nur auf Sympathie dabei an, weil zum Beispiel, ich bin auch ein rosa Flair-Fan, ich finde aber Flair live jetzt nicht so scharf. Ja. Und weiß nicht, was ich noch im Kopf hatte, war zum Beispiel Azad, habe ich auch einmal live gesehen in Hamburg, das fand ich auch krass. Stell ich mir auch geil vor, ja. So, weil der auch mit so einer Energy und der Typ ist einfach eine Autorität, das ist Wahnsinn. Aber ihr wisst ja, ich bin ja im Herzen, also im Deutschrap bin ich ja eh in Frankfurter. Frankfurter, ja. Deswegen, alles, was hier aus dem Norden oder so kommt, finde ich eh alles wack gefühlt. Deswegen, lass uns mal lieber schnell zu Sachen hingehen, wo ich vielleicht ein bisschen besser drüber reden könnte. Und muss mich vielleicht auch mal erstmal entschuldigen hier, denn ich habe hier letzte Woche ja hier Fake News verbreitet. Geht gar nicht, Bro. der Black Toe rauskommt. Und da muss ich auch mal wirklich sagen, Leute, es gab mal eine Zeit, in der hätte mich das echt gejuckt, dass ich das gemacht habe. Oh, bist du untouchable. Nee, ja, das auch. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also es juckt mich halt wirklich nicht, weil erstmal, habt ihr jetzt in der 250 ja gehört, was wir hier für einen Workload momentan auch neben dem Podcast immer haben. Und da bin ich auch mal ehrlich, wenn dann mal was beim Podcast runterfällt, dann kann ich es verschmerzen. Wäre das jetzt im Privatleben oder ein Job gewesen, hätte ich gesagt, gut, das kann ich nicht bringen. Aber in einer Sache, wo ich bewusst jeden Monat für Geld ausgebe, dass ich etwas rausbringen kann, da kann ich mir auch mal so einen Fehler verzeihen. Und zu meiner Verteidigung war auch noch in ganz vielen Sneaker-Release-Kalendern gelistet. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe halt nicht immer Zeit, mir nochmal alle News von vor drei, vier Monaten zu rekonstruieren. Und deswegen ist passiert, shit happens. Und der ist nicht rausgekommen. Ich habe mir so ein bisschen gehofft, dass der vielleicht so Schock droppt und dann alle sagen, okay, krass, die Jungs haben Infos. Und falls ihr euch fragt, warum ich nichts gesagt habe, ich bin ehrlich, ich bin bei der Release-Flut auch so überhäuft und ich wusste gar nicht so zu 100 Prozent, welchen du jetzt meintest. Ich dachte, okay, kann ja sein, dass irgendeiner Dop, von dem ich jetzt ausnahmsweise mal nichts mitbekommen habe. Also von daher, seht es uns nach. Also Fake News, Fake News. Ey, das können wir gut, das können wir gut. Zur Präsidentschaftswahl, Fake News. Ich kann aber jetzt auch den Bogen weiter zu Schuhe spannen, denn es war unter anderem so, dass bei Dennis Deesters, da wurde ein Puma Speedcat verlost auf der Bühne. Fand ich auch ganz lustig, der sogar gesponsert wurde von Puma Sportstyle. Also die sind da marketingmäßig gut hinterher. Ob es jetzt dem Schuh so viel bringt, sei mir dahingestellt. Aber ich habe für euch drei andere Releases, heute ausnahmsweise mal nicht mit Puma. Und die würde ich euch gerne einmal vorstellen. Denn am 23.10. dropped unter anderem bei If You, der Nike Air Max Thunder als Women's ausgeschrieben. Wird es aber in einem großen Scythron geben mit hellblau. Also mein Colorway. Ich weiß nicht, ob der Pinke bei dir noch Thema ist. Ich sehe den hin und wieder mal und denke immer so, soll ich dir jetzt Bescheid geben, wenn der irgendwo mal reduziert ist? Oder ob das Thema durch ist? Also er war bis vor kurzem kein Thema mehr, weil es wirklich war echt, ich habe den ja in Rotterdam live gesehen und ich fand den dann wirklich leider von der Qualität nicht so stark. Er war dann aber auch leider nicht in meiner Größe erhältlich. Also ich hatte gar nicht die Chance, den mal anzuprobieren. Deswegen, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn mal anhatte, ist er noch nicht gestrichen aus meinem Kopf. Weil ich finde die Farbe und das Modell zusammen einfach trotzdem immer noch unschlagbar. Aber ja, deswegen, er ist noch in der erweiterten Liste mit so einem kleinen Minuspunkt. Also da sind noch ein paar dabei. Aber falls ein guter Deal reinkommt, würde ich den mir vielleicht mal anschaffen. Ja, das hört sich doch gut an. Falls ihr jetzt Bock auf hellblau habt, wie gesagt, am 23.10. bei IFU. 180 Euro ist jetzt auch nicht unbedingt sparschweintauglich, aber ey, ist ein geiler Schuh. Ich mag den auch gerne. Aber den hast du für mich irgendwie so ein bisschen geowned. Deswegen muss ich mich, ich muss mich nicht davon distanzieren, aber ich würde es nicht übers Herz bringen. Auch wenn es deine Farbe ist, ne? Ja, ich würde es echt nicht übers Herz bringen, den dann zu tragen. Ich habe so ein bisschen Respekt vor uns, vor dem, was wir hier kreiert haben. Und ich will dann nicht so, hier, take my money und gib rüber und dann landet der im Regal und wird nicht getragen. Nee, da, den hast du erst mal. Und ich gedulde mich da ganz vorbildlich. Weiter geht's am kommenden Wochenende, um genau zu sein, am 25.10. Da droppen Sorkony und Starkow Paris den Progrid Omni 9 in einem sehr herbsttauglichen Colorway. Viele Grüntöne, so ein bisschen Oliv. Wir haben ein bisschen Navy mit drin. Finde ich extrem stark und ist bei Starkow auch schon. War bei Starkow auch schon released vor anderthalb Wochen. Ist da dann auch direkt im Sale gewesen. Ist jetzt wieder Vollpreis. Ich weiß nicht, ob da irgendein Praktikant gepennt hat. Ich hoffe es einfach mal. Nichtsdestotrotz, ein geiler Schuh. Und von daher, falls ihr Bock habt, wenn J-Tips euch nicht genügt, let's go. Und ja, Starkow Paris, gutes Ding. Stabile Colab. Und last but not least, am 28. Oktober, also kommenden Montag, Essex und Jaunt auf dem GT 2160. Unter anderem bei Asphaltgold. 160 Euro. Wir haben den Schuh vor zwei Wochen besprochen. Ist jetzt nichts dickes. Bisschen Neon, bisschen Weiß, bisschen Grau. Dies, das. Ihr kennt das Erfolgsrezept. Weniger ist mehr. Vielleicht hat der ein oder andere Bock. Ich glaube, ich setze aus. Aber ich will es jetzt auch nicht hier unterschreiben und sagen, ich setze aus. Vielleicht bin ich doch drin. Ich weiß es noch nicht. Aber gutes Ding. Von daher, wenn ihr Bock habt und noch ein bisschen Kohle übrig habt, es ist auf jeden Fall eine spannende Woche hier im Oktober. Auf jeden Fall. Und wir nähern uns ja dann auch eigentlich zum größten Feiertag des Jahres Ende Oktober, Sammy. Und dazu vielleicht nochmal eine andere Folge mehr. Ja, jedenfalls ist ja Halloween-Season und man könnte jetzt ja meinen, boah, Adi und Sam, ihr seid doch die größten Horrorfans eigentlich so im Sneaker-Game. Also ich würde sagen, dass wir, was Sneaker-Podcast-Business angeht, wir sind die größten Horrorfans. Würde ich mal in den Ring werfen. Und das stelle ich jetzt auch. Aber wir haben tatsächlich schon eine wirklich State-of-the-Art-Halloween-Folge mal gemacht. Und tatsächlich höre ich die mir jedes Jahr zu Halloween tatsächlich auch nochmal an. Stark. Und das ist jedes Mal echt cool, weil ich auch immer wieder vergesse, was wir denn wirklich da so ein bisschen besprochen haben. Und wie gesagt, da auf jeden Fall immer noch eine dicke Empfehlung von mir. Da haben wir damals echt Bock gehabt. Und es war auch damals so unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Folge haben, wo wir wirklich jedes Jahr darauf verweisen können. Und sagen können, hier, das ist die Folge zu dem Thema. Deswegen, falls ihr jetzt gedacht habt, wir reden hier über irgendwelche fiesen Gesichter im Kürbis, das wird es diesmal nicht werden. Aber wir haben hier, glaube ich, eine riesige Flut an Release-Dates. Und es sind ein paar dabei, wo ich wirklich unter der Woche bei Instagram-Scrollen stehen geblieben bin und gedacht habe, wir hoffentlich besprechen mit denen. Okay. Deswegen bin ich gespannt. Jetzt machst du es hier reverse spannend. Wir starten mal erstmal im Hause Nike, ganz klassisch. Ihr wisst doch, wie es läuft. Ama Manier ist zehn Jahre alt, wird zehn Jahre alt, hat ein Pack gedroppt, While You Were Sleeping, wo wir schon einen Dreier-Jordan, einen Vierer-Jordan bekommen haben. Und jetzt erstmalig einen Air Max 95, der schon sehr hochwertig ist. Und ich weiß, dass du auch 95er-Fan bist, auch von diesem Colorway. Nein. Nein. Das ist einfach langweilig. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen drösig. Ich finde, es passt durchaus so in diese ganze Ästhetik. Aber mich holt er jetzt nicht. Aber es gab ja anfangs so ein paar Mock-Ups, da haben sich viele gewünscht, dass der vielleicht so auch kommt. Jetzt, wo wir die finalen Produktbilder haben, waren, habe ich so den Eindruck gehabt, relativ viele Leute enttäuscht. Ich weiß auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der noch so ein bisschen growt in Zukunft. Aber jetzt gerade denke ich mir auch so, nee, es ist irgendwie schon ein bisschen langweilig. Das ist eigentlich Kategorie Samis Kleinanzeigen. Keine Sorge, Bro. Ich werde mich da zurückhalten. Vor allem 190 Euro. Also erstmal freue ich mich natürlich als 95er-Fan, dass da mehr jetzt rauskommt. Dann werden ja gleich noch mal eine News kommen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Hype bin. Auf jeden Fall finde ich es erstmal cool, dass sich überhaupt das Modell geschnappt wird, weil ich finde den 95er in der ganzen Air Max-Riege total underrated und völlig unnötig, dass der irgendwie nie bespielt wird. Weil es ist ein Fluch und ein Segen, aber dieses Modell schafft es einfach in jeder Form irgendwie und jedem Colorway irgendwie gut auszusehen. Also man kann jeden General Release irgendwie nehmen und sagen, ja, ist decent. Kann man auf jeden Fall machen. Und ja, es ist halt immer so die Frage, ist das jetzt ein super, also ist natürlich geil, wenn jeder Colorway einen anspricht, aber dann hat man auch wieder dieses Kahu-Phänomen bei uns. Welchen nimmt man denn jetzt? Und deswegen ist das jetzt aber leider eine Colab, die für mich dran vorbeischlittert, weil ich finde erstmal das Upper ist viel zu clean für einen 95er. Mir fehlt das Ruffle eines 95ers, das hat er gar nicht. Und ja, es passt zu Ammer Manier, aber dann nimm auch bitte ein anderes Modell. Also weil das passt für mich nicht zusammen. Und deswegen, ich finde den Colorway in Ordnung, aber wirklich, wenn man jetzt wirklich sagt, man nimmt sich jetzt einen 95er an, dann hätte ich mir schon was anderes gewünscht. Ja, schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Es droppt auch noch eine sehr brutale College-Jacke, die finde ich ganz cool. Ist mir ein bisschen zu overbranded mit dem riesen Swoosh hinten. Ihr kennt da meine Thematik. Aber alles in allem muss man sagen, es ist bisher eine sehr stabile Kollektion, dieses While You Were Sleeping. Geile Schuhe erwarten uns ja auch noch unter anderem einen Converse. Da bin ich auch dann gespannt, wenn der released. Also es ist schon stark, was die machen. Aber wir bleiben mal auf der Silhouette dem 95er und widmen uns einem alten Bekannten, der beim Sneakers Day 2021 noch sehr belächelt wurde, denn der Sneakers Day war relativ shitty und Central Sea war da auch noch nicht so big, wie er jetzt ist. Und der hat jetzt endlich, es ist sehr naheliegend, aber seinen eigenen Air Max 95 quasi in Aussicht gestellt, gemeinsam mit seiner Brand. Und ja, ich finde es stark. Ist auch sehr schlicht, aber es klang schon so, als ob du eventuell da größerer Fan von bist. Ja, ich bin totaler Fan von dem Schuh. Also ich finde genau das, jetzt würden wieder alle sagen, ah, Adi wieder mit seinen All-Black-Schuhen. Ja, aber genau das ist es wieder. Es ist einfach ein eintöniger Schuh, der aber einfach durch die Silhouette und durch ein paar Akzente total auffällig ist und der einfach super, super irgendwie im Alltag tauglich ist. Und ich bin schon sehr Fan. Ich bin sehr gespannt auf nähere Bilder nochmal und wie der so in-hand so auf YouTube-Reviews und so dann aussieht. Jetzt muss ich aber erst mal sagen, großer Fan, ich mag Central Sea voll gern. Ich finde, das ist einfach auch eine Sache, die passt gut, weil ich finde auch diesen Air Max 95 würde ich auch so in UK immer gerne verorten, so in London. Absolut. Ich finde, ich finde, ist das einfach genau der Schuh. Deswegen ist es halt nicht wie jetzt, weißt du, so beim Amor Manier, dass man jetzt denkt, boah, das ist jetzt irgendwie ein bisschen gezwungen. Und deswegen bin ich großer, großer Fan dieser Colab. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, da fieber ich drauf hin, dass das Release rauskommt. Aber ist so ein klassischer Schuh. Ey, ich freue mich drauf und wenn ich ihn kriege, ist es schön und wenn es nicht ist, dann ist es auch okay. Ich würde mal unterstellen, dass das auf jeden Fall nicht einfach wird. Das Ganze soll angeblich jetzt die Tage schon in seinem Shop Sina World, das ist seine Brand oder Sina, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, soll es schon droppen. Ich denke mal, in der Sneakers App werden wir den auch sehen. Ist auf jeden Fall stark. Es gab so ein paar Stimmen, die gesagt haben, dass der so ein bisschen diesen Cortez-Kollabus zu nahe steht, weil die halt auch recht schlicht sind und die ja gerade so auf TikTok oder in dieser Fashion-Bubble extrem für Furore gesorgt haben. Aber ich finde den clean, ich mag den auch. Ich bin jetzt nicht der größte Central Sea Fan, aber in allen Ehren, was der jetzt so gemacht hat in den letzten Jahren oder vor allem halt auch seit diesem Sneakers Day Auftritt 2021, da hatte den ja wirklich noch so gar keiner auf dem Schirm und Nike war da anscheinend schon so ein bisschen gut unterwegs und wusste, dass da was kommt. Wir bleiben mal im Hause Nike und wir wissen Bescheid. So eine Nike-Folge. Sponsored bei Nike. Niemals, leider nicht. Es gibt einen Wechsel oben in der Führungsriege bei Nike. John Donahoe haut ab und Elliot, John Elliot, ich weiß gar nicht, ob die alle John heißen. Für mich heißen sie alle John, ist dann am Start. Nike Legionär und 2025 soll das Jahr des Pandas werden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch sogar das chinesische New Year Symbol ist, aber es wurde jetzt gesagt, dass der Nike Panda zurückkommen soll. War der weg? Ich kann mich nicht erinnern. Also der ist überall aktuell im Sale, aber es ist auch so, dass der jetzt eine neue Artikelnummer bekommt. Das heißt, es ist nicht in dem Sinne der alte, obwohl er genauso aussieht wie der alte und preislich bei 115 Euro mittlerweile unverbindliche Preisempfehlungen steht. Bald in deinem Schuhschrank, Sammy? Wirklich nicht, wirklich nicht. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, ist halt eine Cash Cow und gerade so Snipes Footlocker Schuh, der geht halt immer weg, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen langweilig. Ist nach wie vor ein geiler, guter, solider Schuh, nicht falsch verstehen, aber ich weiß nicht, der war ja wirklich nie weg, oder? Hast du den vermisst? Kommt dir das vor, als ob der jetzt schon so lange weg war? Nee. Also ich kann mich, also ich finde schon, dass er jetzt länger nicht auf der Bildfläche war. Ja, hast du den Eindruck? Ja, schon. Es ist jetzt aber für mich trotzdem keine News, dass er zurückkommt. Er hat mich auch gewundert, dass sich da so alle überschlagen haben und wie gesagt, ich saß da und dachte, ja, nee, also. Aber es ist immer wieder krass, wie Leute immer noch auf diesen Dunk so krass abfahren. Absolut. Ich frage mich echt immer noch, wann der jetzt endlich mal abflacht, weil, weiß ich nicht. Brauche ich nicht mehr. Ich finde es auch schwierig, aber ich finde es halt auch legitim und gerade aus Excel-Sicht finde ich es mehr als, also Excel im Sinne von Gewinnmaximierung etc., finde ich es halt nachvollziehbar, weil das ist halt ein Schuh, der immer weggeht, den kannst du ins Regal stellen, der verkauft sich von selbst und ja, es ist nach wie vor auch ein guter, schlichter, entspannter Colorway. Also alles easy, ich kann es nachvollziehen, aber ich hoffe, dass da ein bisschen mehr kommt und wenn ich von mehr spreche, spreche ich nicht von dem Retro des legendären Wu-Tang-Dangs, denn der ist jetzt für den 9. November terminiert, 150 Dollar soll das Ding kosten und es wurde jetzt schon eine sehr schöne Special-Box geteased, da war ich dann wirklich überrascht, dass sie vielleicht auch noch ein bisschen Liebe in das Ganze reinstecken, nichtsdestotrotz für mich immer noch ein Schuh. Du bist ja der größte Wu-Tang-Fan. Ja, absolut. Ey, 36 Chambers auf der Schulter tätowiert. Wirklich. Du musst jetzt aufpassen, das ist jetzt ein sehr, sehr dünnes Eis, wo wir uns da drauf begeben und nein, wir machen uns nicht über irgendwie Wu-Tang lustig, sondern es geht nur darum, wie gesagt, es gibt ja immer die Leute, die dann wirklich sagen, ja, also ey, den Schuh muss ich haben, weil das ist mein Lieblingsband of all time. Ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich Wu-Tang gefühlt nie gehört habe. Boah, schneide ich laut. Ich habe wirklich Wu-Tang-Alben ein, zwei Mal gehört, einfach nur, um es zu sagen zu können, ich weiß, wovon die Leute sprechen. Aber Leute, ich bin dafür tatsächlich noch zu jung. Ja, ich bin auch echt gespannt, wie das Release läuft, also ob das Ding jetzt irgendwie hard to get sein wird. Wahrscheinlich wird es sehr limitiert sein, zumindest auf dem Papier und dementsprechend jetzt kein easy Ding, aber ey, juckt wirklich kein aus der New Generation, sage ich mal. Ich freue mich für viele. Also 1996 und jünger juckt es nicht. Ich freue mich für viele, gerade so Ältere, die vielleicht mit Wu-Tang auch was verbinden, die den Schuh halt geil finden. Mich juckt es jetzt nicht, also falls jemand da Hilfe in Anspruch nehmen will, ich bin auf jeden Fall am Start. Nichtsdestotrotz, die Special Box ist gut und es wirkt so ein bisschen so, als ob da jetzt auch ein bisschen Liebe von Nike reinfließt. Vielleicht kriegen sie es ja auch hin und der Schuhe hat eine gute Quali. Das wäre ja schon mal ein Anfang oder ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt ja viele Gerüchte nach wie vor von irgendwelchen Retros, die jetzt droppen sollen, Air Max, Quatsch, Jordan 4 undefeated und sowas. Wenn ihr es macht, dann macht es bitte auf jeden Fall richtig und nicht mit dieser Rotz-Quali, wie ihr sie aktuell leider in Scharen rausbringt. Das wäre doch ein cooler Anspruch. Aber mal schauen, wie gesagt, 9. November und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Und Nike, wann gibt es denn endlich mal ein Agro Berlin-Dank? Da wäre ich auch da. Stell dir mal vor, stell dir jetzt mal vor, es gäbe so eine Release-Reihe, wenn dann einmal Agro Berlin, Optic Records und German Dream. Das wäre hart. Jeder kriegt seinen Dank. Dank, oh mein Gott, wäre also Endstation. Würde ich fühlen, ja. Also, ich wäre auf jeden Fall, egal wie der Agro Berlin-Dank aussieht, ich nehme den. Hinten so mit dem Sägeblatt. Boah. Leute, ey, Nike, wenn ihr das hört, ey, lade uns ein. Ich glaube, wir können mit Speicher und Spectre und Hadi, können wir kurz mal sprechen. Und dann wird da auf jeden Fall ein guter, guter Agro-Dank rausgebracht. Das wäre nice, ja. Mit Tony D auf, ey, Tony D macht das Produktbild. Der guckt dann richtig grimmig in die Kamera und hält den Schuhen da vorne. Der ist jetzt ja Wein-Konnoisseur, ne? Der hat so einen Weinladen in Berlin. Ja, ja, genau. Fühle ich wirklich. Ey, mega. Guter Mann. Wir verlassen jetzt mal Nike, Leute. Ihr habt jetzt genug. Werbung Ende, könnte man jetzt fast schon sagen. Und switchen nach Deutschland, um mal genau zu sein, nach Herzogenaurach. Denn, du hast es anfangs angekündigt, es ist Halloween-Zeit und Halloween-Zeit bedeutet auch Halloween-Sneaker. Und Adidas und Simpsons machen, ich würde sagen, da weiter, wo sie aufgehört haben, zuletzt ja mit diesem stabilen Homer-Simpson-Stan-Smith, mit diesem Hacken-Meme. Sehr geil. Und jetzt droppt auf dem Rivalry-Low, Digga, ich kann es nie aussprechen, Rivalry-Low, der Werwolf-Flanders. Und ich muss sagen, auch wenn ich mir den Schuh nicht kaufen würde, wieder mal extrem geil umgesetzt, oder? Ey, also ich muss wirklich sagen, erst mal, es ist total der Jens-Schuh. Ja, habe ich auch gedacht. Also hättest du mir jetzt gesagt, so ey, den hat mir Jens geliehen für das Bild, hätte ich gesagt, jo, das passt. Ich muss jetzt erst mal sagen, ich habe diese Brücke gar nicht gecheckt mit Halloween und mit Werwolf-Landers. Also ich habe das gelesen und dachte so, ja. Und jetzt, wo du es gesagt hast, finde ich das natürlich jetzt nochmal mit einem anderen Blickwinkel gut zu betrachten, aber ja, also ich muss trotzdem sagen, bei diesen ganzen Simpsons-Geschichten, ich finde wenig davon wirklich so alltagstauglich. Und deswegen bin ich da immer so. Ja, genau, es ist ein Collectible und das kann ich auch da total nachvollziehen und finde es völlig okay und völlig gut. Aber es, mein Anspruch ist ja bei jedem Schuh, den muss ich anziehen können und das kann ich bei dem nicht. Vor allem, weil er grün ist. Ja, aber es ist wirklich in der Umsetzung eins plus mit Sternchen auch mit dieser Box. Also ich bin gespannt, wie da so das Release läuft. Mich interessiert das ja auch immer, ob die Leute da drauf gehen. Das war ja damals beispielsweise bei dem Home Alone Forum, der war dann anfangs auch schnell ausverkauft, dann hat Adidas nachgeliefert und dann ist er so ein bisschen, ich will nicht sagen gebrickt, weil ich das Wort auch ganz schlimm finde, aber da ist dann irgendwie so ein bisschen der Zauber verflogen. Deswegen hoffe ich, dass jeder, der einen haben will, auch einen bekommt, aber dass die Limitierung auch so ein bisschen da ist und dass es halt einfach wirklich dann geiles Collectible oder auch am Fuß ist. Also Jens, falls du zuschlägst, gerne On-Feed-Friday-Beitrag einreichen und das gilt für euch alle, also falls ihr Bock habt, beim On-Feed-Friday postmäßig gefeatured zu werden, ab in die DMs, 1, 2, 3, 4 schöne Bilder von eurem Schuh, 5, 6, 7, 8 schöne Sätze dazu und dann freuen wir uns, wenn wir euch quasi auf unserem Profil teilen dürfen. Wir machen weiter, Adrian. Wir switchen rüber zu einer unserer Herzensbrands namens Sorkani und da ist jetzt eine relativ schlichte Collab mit Sweaty Betty am Start. Das ist eine Fitnessmarke. Ich kenne nur Archi Betty von meine Freundin Spartan und ich. Das ist so ein Trash-Film, den kennt keine Sau, aber ich und meine Homies, wir feiern den Tod. Ich erinnere mich, dass wir das schon mal besprochen haben. Ich habe diesen Film bestimmt 20 Mal in meinem Leben geguckt und es ist immer noch nicht genug. Also falls diese eine Person jetzt gerade, die zuhört, relaten kann, Cheers. Digga, wirklich, ich weiß, dass ich den auch gesehen habe, aber ich könnte mich jetzt 0,0 an irgendwas davon erinnern. Ich könnte dir die ganze Szene rezitieren, aber das hätte ein paar Begriffe drin, die nicht. Machen wir bei Patreon. Okay, machen wir bei Patreon. Auf jeden Fall droppt da jetzt ein Progrid Triumph 4, relativ schlicht in Silber, weiß, sind so ein paar Details am Start, gerade so auf der Zunge, das Sweaty Betty Logo in der Install auch. Ist jetzt nichts super dickes, ist auch schon released tatsächlich. Finde ich aber irgendwie ganz geil und ich habe so ein bisschen den Eindruck, gerade auf dem Triumph 4 sind die Collabs vielleicht ja auch aus Chefetage immer so ein bisschen schlichter vorgegeben. Wir erinnern uns an den High Snobiety, den ich auch habe, den ich sehr geil finde, aber letztendlich auch schon sehr nah an so einem Inline-General-Release der Woche-Release dran ist. Aber trotzdem geiler Schuh und ich finde es immer wieder cool, gerade so über solche Collabs dann halt so Sachen wie Sweaty Betty, ich muss gestehen, kannte ich vorher nicht, dass man sowas darüber kennenlernt. Ja, Agli Betty kann nicht, aber hätte ich jetzt auch nicht rezitieren können. Ja, also ich muss dazu sagen, ich finde den Triumph 4 leider langweilig. Ich mag die Silhouette einfach nicht. Es ist für mich weder, also für mich sind diese Stärken bei Sorken, die einfach auf anderen Modellen oder andere Silhouetten, die sie bedienen und der Triumph 4 gehört aus meiner Sicht nicht dazu, was mich ich jetzt interessant finde und deswegen, ja, ist so ein Semi-Schuh, so hättest du den jetzt im Schrank, würde ich jetzt sagen, ja, war klar, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie mit der Zunge schneize. Nee, ich bleibe da auch standhaft, aber nichtsdestotrotz vielleicht hat der eine oder andere von euch Bock und ist natürlich auch wieder so ein bisschen if you know, you know und es ist auf jeden Fall eine solide Collab, bisschen Jound-Vibe so von der Machart, sage ich mal, also relativ wenig abgeändert, aber trotzdem, gutes Ding, ist schon draußen, 140 Dollar, ich glaube aber, oder ich weiß gar nicht, ob der in Europa auch released ist, aber ihr könnt den bestimmt da auf der Seite holen. Eine Schuh, eine Brand, die ich finde, die ist auch so ein bisschen von dir, Gau, und ich finde, du hast schon diese Timberland-Vibes, nicht nur durch den Six-Inch-Boot, ich finde, du hast auch so ein bisschen Amy Leondor-Vibes und diese beiden haben sich jetzt wieder gepartnert. Ohne ihm als Amy Leondor gehabt zu haben. Ja, aber irgendwie finde ich, das ist so ein bisschen, ist so dein Ding, obwohl ich hier diese New Balance-Colab und sowas habe, aber ich finde, dieser Herren-Schuh-Vibe, nenne ich es mal, die dieser, der Heritage-Mock-Toe auch mit sich bringt, der übrigens leider schon ausverkauft ist, den sehe ich irgendwie auch eher an dir und ich finde den eigentlich auch ziemlich geil, ich frage mich, was du davon hältst. Also, ich muss sagen, ich liebe Timberland wirklich und manchmal auch ein bisschen grundlos, weil man muss ja auch mal sagen, außer halt diesen Six-Inch-Boot habe ich halt nichts von Timberland und ich kann auch mit nichts anderweitigem was anfangen. So, und es muss auch, es kann nicht noch irgendwie, ja, noch eine Vollleder-Variante oder sowas sein von dem Six-Inch-Timberland-Boot, sondern es ist einfach immer nur dieser klassische Notorious-BIG-Schuh und was anderes geht nicht, aber alleine dieser Schuh reicht für mich halt um, dass der in den Top 5 bei mir der Unbrand-Star ist. Das hier ist für mich haarscharf dran vorbei an dieser Kategorie, ist ein richtig toller Herrenschuh. Ich finde diesen Heel komplett, komplett Hölle. Also, ich weiß nicht, ob sie da keine Materialien mehr hatten, aber also, dieser Übergang zum Knöchel ist eine absolute Frechheit und wäre das noch eleganter gelöst, hätte ich gesagt, na, ist nett, wäre jetzt nichts für mich, aber kann man auf jeden Fall machen. so muss ich sagen, nee, Mann, echt nicht. Hol dich nicht ab. Also, ich hatte einen Kollegen damals in der, nee, es war weiter für eine Schule schon, so fünfte, sechste Klasse, der musste mit solchen Schuhen zur Schule kommen im Winter und der hat dann immer seine normalen Sneaker im Rucksack gehabt und hat dann immer aus dem Bus gekommen, ist, hat er erst mal seine Schuhe umgezogen. Das ist so ein Schuhfee. Ich finde den ganz geil, ist wie gesagt eh schon ausverkauft. Ich weiß noch nicht, ob ich jemals auf diesen eleganteren Herren-Schuh-Trend aufsteigen werde. Nichtsdestotrotz wieder eine geile Umsetzung und Emilio und Dora nach wie vor am Rasieren und ich finde, es ist gerade so in dem, was Timberland sonst so macht, schon sehr gelungen und nicht so dieser, dieser Segelschuh-Vibe oder wie sagst du, Segelbolzer? Ja, Segelbolzer. Nicht so dieser Vibe. Wir schließen ab mit Essex-News. Das habe ich natürlich hier sehr gut getimt. Jetzt kommt es zum Schluss. Genau, Essex und Kiv sind nämlich wieder unterwegs und wir kriegen zwei Modelle, die jetzt auch kürzlich oder jetzt am Wochenende schon teilreleased sind und zwar einmal den Geel-Nimbus 10.1 und den Kayano 12.1. Also anscheinend Fokus-Modelle für die Zukunft bei Essex und gerade den Kayano 12.1 mit diesem grünen, ich weiß es, es ist ja nicht so ein hartes Grün, aber ich finde den unfassbar schön, 195 Euro hat der, glaube ich, gekostet. Man konnte sich bei Kiv ins Raffel eintragen, aber ich finde auch den Geel-Nimbus 10.1 auch sehr, sehr stark. Also Kiv, Ronny Falk, einfach gottsgleich, was der immer raushaut und name a better duo than Kiv und Essex. Was sagst du dazu? Sehr stark. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich finde den grünen auch echt richtig toll. Das ist auch ein Grün, mit dem ich arbeiten kann. Das ist für mich so ein, ja, weiß ich nicht, das ist auch für mich so ein bisschen Ozean-Vibes. Und ja, also ist auf jeden Fall toll. Ich frage mich nur, also ich kann mich trotzdem nicht in so einem Schuh sehen, weißt du? Also ich, das wäre für mich wieder so ein bisschen Kostüm, wenn ich das anziehen würde. Bei dir zum Beispiel oder auch meine Freundin hat ja auch immer den GK 14 momentan nonstop am Fuß. Sehr gut. Da passt das. Aber bei mir ist, also da brauche ich halt ein bisschen lautere Sachen von Essex. Kiv und Essex haben ja schon mal den 12.1 vor, ich glaube, zwei Monaten rausgebracht, auch in so sehr dezenten New York Knicks Farben und einmal so ein Silbercreme. Auch sehr geil gewesen. Es fällt mir wirklich schwer, da so zu widerstehen, aber ich gebe wirklich mein Bestes. Und jetzt, wo ich den hier gerade auch so sehe, vielleicht muss ich mich da doch nochmal eintragen, aber es ist auch nicht so günstig. Naja, wir machen weiter und da kannst du mich vielleicht aufklären. Anime namens Bleach, sagt dir das was? Sammy. Jetzt auch nicht, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dann ist es unangenehm. Nee, aber kannst du gerne mal auf Instagram mein Profilbild dir angucken. Oha! Das ist ein Bleach-Charakter. Krass. Okay, ja, jetzt wo du es sagst, crazy. So, und deswegen kannst du jetzt nochmal überdenken, ob ich Bleach kenne oder ob das vielleicht gut ist. Ja, Bleach ist mit One Piece und Naruto das Größte, was es eigentlich gibt. Also klar, Dragon Ball gibt es auch, aber Dragon Ball steht für mich nochmal auf einem eigenen Podest. Die drei sind die größten Animes aller Zeiten und Bleach ist ja momentan wieder am Kommen, weil sie haben tatsächlich das letzte Kapitel quasi, den letzten Arc, nicht umgesetzt als Anime und das hat jetzt Disney Plus übernommen. Also Disney Plus macht jetzt den letzten Arc und deswegen ist es jetzt nochmal so richtig im Hype und deswegen war ich sehr, sehr gespannt, als du mir diesen Link geschickt hattest und muss leider aber sagen, dass ich echt ein bisschen enttäuscht bin. Okay. Weil, also das Krasse an Bleach ist einfach, also rein jetzt aus optischer Sicht, aus künstlerischer Sicht, die Anzüge, die sie tragen, sind alle immer schwarz-weiß und das, also der Manga, Manga sind ja sowieso immer schwarz-weiß und sie haben es dann, also der Zeichner hat das dann auch so angeordnet in seiner Welt, dass einfach es auch sehr farblos alles klappt. Also es ist, es bedarf nicht vieler Farben und so ist der Anime auch und da finde ich jetzt zum Beispiel diesen Renji Essex, der rote, den verstehe ich halt, den verstehe ich halt gar nicht, den roten, weil ja, er hat rote Haare, aber ey, come on, der geht doch mehr als das jetzt und also auch der Ichigo Colorway, also von dem Hauptcharakter, der jetzt hier so in weiß-schwarz oberflächlich ist, finde ich, hätte man auch irgendwie was mehr draus machen können. Also ich finde den Ansatz geil, ich mag, dass die Zusammenarbeiten finde ich richtig geil, aber es, es, es trifft nicht so ganz den Vibe der, der Serie so. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten, also Idee cool, Umsetzung, arbeiten wir noch dran. Ja, 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 so, es ist wirklich E4 Effort, so, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ohne den Manga, den Anime jetzt zu kennen, ich finde die Schuhe geil, es geht um den GTA 2160 und den NYC, also die Flagstiffe aktuell und ich finde es, es ist immer so ein schmaler Grat bei diesen Collabs, will man jetzt viel, will man wenig und das irgendwie in eine Balance zu bringen, in so ein Gleichgewicht, es ist halt wirklich, da kann man groß reinscheißen oder halt groß triumphieren. Ich, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es jetzt ein Collab-Schuh ist mit Bleach, würde ich sagen, ey, könnte auch ein chilliger, normaler Essex schon ein bisschen Special-Colorway sein, auch mit diesen japanischen Zeichen, Essex auch aus Japan, jetzt naheliegend, wenn man dann die Installs sieht und da eben Bleach mit drin steht und man vielleicht die Zeichen am hier hinten checkt, dann sieht man wahrscheinlich, dass es eine Collab ist, ansonsten können es halt auch einfach sehr extravagante Inline-Colorways sein, die wirklich auch nicht schlecht sind, ich finde die sehr nice, ich setze da jetzt aus, weiß auch nicht, ob die überhaupt hier in EU droppen, auf jeden Fall sind die über Footlocker, glaube ich, in den Staaten gekommen und in Japan, ist nice, ich finde die Umsetzung cool, aber wie gesagt, who am I, ich weiß, wusste ja bis eben nicht mal, dass du Bleach kennst, Und aber Fun Fact dazu, Fun Fact dazu, der Hauptcharakter kommt, auf jeden Fall spätestens im nächsten Jahr auf mein Anime-Bein. Wirklich? Ja. Ah, nice, geil. Deswegen, also, da siehst du auf jeden Fall den Impact, den Bleach bei mir gemacht hat. Okay, krass. Sehr, sehr, sehr stark. Aber es ist halt auch, das ist das Problem, ist bei Bleach, es ist halt einer der drei größten, der Big Three, aber da hat der RTL 2 nie einen Deal. Das heißt, er hat in Deutschland und in Frankreich und so nie den, nie diesen Hype gehabt, wie jetzt in Japan, im US-Markt. Deswegen hätte es mich jetzt auch gewundert, dass der jetzt hier kommt, weil selbst jetzt mit dem neuen Arc ist Bleach einfach nicht jetzt irgendwie vergleichbar mit One Piece oder Naruto. Das kennt ja einfach jeder. Also, also ich kann meine Mutter fragen, was Naruto ist und sie weiß, das ist so ein blonder Typ so. Aber bei Bleach, da, ja, denkt man eher an ein Bleichmittel und nicht an eine Anime-Serie. Aber es sieht ganz geil aus. Ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nie gucken werde, aber irgendwie, dass du das als Profilbild so mäßig hast, ist dann für mich schon so ein kleines Gütesiegel. Definitiv. Das war's als kleine Übersicht, was aktuell so abgeht und ich habe jetzt noch was, falls ihr noch ein bisschen Geld auf den Kopf hauen wollt, abseits vom Anfang der Folge. Zunächst aber möchte ich Glücksträter gratulieren. Elf Jahre, Stefan und Team, alles, alles Gute und dementsprechend kommt das General Release der Woche heute aus Bremen. Und das Jahr neigt sich dem Ende, Adrian, und ich hoffe, dass du deine Kahu SideQuest noch irgendwie meistern kannst. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel mit und zwar der Kahu Fusion XT, den ich auch habe. Ich bin ein großer Fan, der ist bei Glücksträter in einem sehr herbst-winterlich-tauglichen Colorway am Start mit so braun, bisschen grün, also schon, ja schon, ich finde es einfach geil so. Ist jetzt nicht unbedingt so mein Colorway, weil ich den ein bisschen zu düster finde, aber dadurch, dass das shitty Weatherpack bei euch auch so gut performt hat, sehe ich den auf jeden Fall bei dem einen oder anderen am Fuß. Ich liebe die Silhouette, ich bin ein großer Fan. dementsprechend, ja, ab nach Bremen oder online glücksrader.com, Kahu Fusion XT, 150 Euro, einpacken und wohlfühlen. Sehr, sehr geil. Nice. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Sammy, ob du das Thema Halloween ein bisschen mit aufgreifst in der Goto oder ob es die Goto wird, die du bei Patreon schon mal angeteased hast. Die kommt noch da. Sag mal, also du sagst, ich soll dich schon mal vorbereiten. Ich wusste ja nicht, dass du so rasant bist. Ich dachte, du brauchst sie noch insbo. Nee, und dann bist du so ein Lehrer, der so sagt so, ja, wir hatten ja vor zwei Wochen meine Hausaufgaben, die wir noch nicht verglichen haben. Ja, vielleicht fällt dir bis dahin ja auch noch was anderes ein. genau. Nein, eine Goto, von der ich mir, also diesmal wirklich nicht sicher bin, ob wir sie nicht schon mal hatten, aber sie passt bei dir eigentlich thematisch ganz gut und dementsprechend, wenn sie sich jetzt doppelt, ist es mir auch egal. Weil du liest gerade Yu-Gi-Oh! und mich werden jetzt noch mal deine Goto-Yu-Gi-Oh! Karten interessieren. Deine Goto. Hatten wir das schon oder hatten wir das noch nicht? das hatten wir noch nicht, weil, also wenn, dann hätte ich es ja wahrscheinlich gepickt. Ja, deswegen, aber ich kann mich auch nicht erinnern, die, die ich jetzt für mich gepickt habe, dass ich die hier schon mal so in dem Sinne gedroppt habe und ich bin ja OG-Kind, weil für mehr hat es nicht gereicht. Dementsprechend werden das jetzt wahrscheinlich Karten sein, mit denen viele auch relaten können, aber vor allem bei dir interessiert es mich, weil du ja gerade aktiv noch liest und wahrscheinlich ein bisschen mehr drin bist. Aber ich starte einfach mal direkt mit, ja, der Motherfucking-Karte schlechthin, der herbeigerufene Totenkopf. Digga, so ein Atze einfach. So geil, diese Karte, wie der aussieht, brutal. Dieses, also dieses, dieses Skelett-Ding mit so ein bisschen Lila-Einflüssen, liebe ich. Und als ich mir den vor noch mal aufgerufen habe, dachte ich so, Alter, Digga, es sieht wirklich Top-Artwork, Top-Dude, auch relativ stark ja, aber hinten raus ja dann irgendwie doch nicht. Ich glaube, das war jetzt nicht so die geilste Karte, aber die damals auf dem Schulhof, Alter, brutal. Das Ding, das hat auch so ein bisschen Halloween-Vibes-Charakter, also von daher haben wir das hier jetzt auch mit abgedeckt, aber herbeigerufener Totenkopf. Irgendwie nicht der geilste Name, auf Englisch, Summon Skull, klingt schon ein bisschen cooler, aber ich, Digga, Endstation wirklich. es ist King, ist King eine Karte, ja. Ich muss auch sagen, also jetzt durch, durch den Manga bin ich auch total wieder im Hype und will auf jeden Fall auch wieder zocken und Karten haben und alles mögliche. Das Geile ist, bei Yu-Gi-Oh! Karten, die kriegst du ja wirklich hinterhergeworfen auf Ebay und so, also da kriegst du echt so 500 Karten für 10 Euro oder sowas, also da machst du dich echt nicht arm mit und es schockt halt wirklich zu spielen. Also ich hab tatsächlich jetzt auch schon gegen Schüler auf Klassenfahrt hat da jemand Yu-Gi-Oh! Karten dabei und hab auch Yu-Gi-Oh! gezockt. Das war mega geil, also ich bin jetzt wieder langsam im Game und was ich jetzt so interessant finde, ich hab ja, wie gesagt, noch nie den Manga vorher gelesen und welche Karten da so früh so ein, also wichtig sind. Also man kennt ja dieses OG Yu-Gi-Deck, dass man dann da den, den dunklen Magier hat und ja, so klassische Karten einfach so im Kopf, hat eine Karte, die ich aber immer geliebt habe, die ich aber nicht im Kopf hab, dass die so präsent war in den ersten Sachen, ist die mystische Elfe. Oh, geil, ja. Die ist so eine blaue Elfe, die halt so betet und ja, das Krasse bei ihr war einfach, dass sie so eine übertrieben krasse Verteidigung hatte. 2K oder so, ne? Ja, ja, genau. Deswegen war die halt super geil, so wenn du die am Anfang gespielt hast, dass du wirklich erst mal, ja, keinen Schaden bekommen hast in dem Sinne und wirklich richtig, richtig geil vom Artwork auch. Und das finde ich, das hat auch, Yu-Gi-Oh ist für mich besser in dem Blick als Magic oder auch als Pokémon, einfach vom Design-Aspekt. Und man muss ja auch sagen, Yu-Gi-Oh hat sich ja auch sehr, sehr krass bedient an Magic. Also ich hab Magic nie gespielt, aber es ist einfach so, dass Magic einfach OG-Kartenspiel ist und Yu-Gi-Oh sich da ein bisschen dran bedient hat. Aber ich find, rein vom Design ist Yu-Gi-Oh unmatched. Ja, safe. Muss ich auch sagen. Also ich find das ganze Kartendesign unfassbar geil. Und wenn ich, also ich hab so ein bisschen auch durchgescrollt, wenn man das so sieht, diese ganzen Artworks auch, das ist schon Weltklasse. Gibt aktuell noch welche? Ja, ne? Also kommen da auch regelmäßig noch was über Pokémon? Ja, 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 doch, doch, doch. Okay, ey, aber wie gesagt, bei mir wird es sich wahrscheinlich sehr auf OG-Karten beschränken, aber mystische Elfe kann ich auch mitarbeiten. Auch sehr geil. Und jetzt, wo ich das auch sehe mit den vier Sternen, dass man die ja direkt dann von der Hand legen kann und sowas. Ja, super geil. Macht schon Bock. Mein zweiter Pick ist Gaia, der Drachen-Champion oder Drachenmeister Gaia auf der offiziellen Karte. Fusionskarte. Aus Gaia, dem Drachenritter und dem, ich weiß nicht, wie heißt denn der Drache? Da komme ich jetzt gerade gar nicht drauf. Auf jeden Fall beide einzeln schon geil, aber dann noch diese Fusionskarte, diese lila ne, dann noch so als Holo. Boah, kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und unfassbar geil. Ich bin ja großer Fan von diesem PS1-Yu-Gi-Oh! Spiel Forbidden Memories. Haben wir, glaube ich, in der Folge mit Malina auch mal drüber gesprochen. Ja. Da habe ich, glaube ich, das Spiel auch gezogen. Und ey, es ist einfach geil. Und diese Karte gibt mir halt auch so ein bisschen Vibes von dem Spiel, weil das war so die erste, die man damals dann kriegen konnte. Und da waren die Regeln auch irgendwie ganz anders. Also das war jetzt nicht so high, high level. Ja, das hat sich ja nachher auch noch mal geändert. Ah, okay. Es war ja am Anfang, also es ist ja bei Yu-Gi-Oh! so, beim Manga auf jeden Fall, dass die ersten Bücher gehen ja gar nicht über das Kartenspiel. Sondern Yu-Gi-Oh! bedeutet halt auf Japanisch der Herr der Spiele. Und es geht halt darum, dass Yu-Gi ein Junge ist, der halt sehr, sehr gut in Brettspielen ist. Spielsichtig. Ja, das nicht. Also der macht jetzt nicht in Merkur die Sonne, sondern der ist einfach sehr, sehr begabt. Und er versucht dann immer mit seinen, also seine Freunde versuchen, immer zu schlagen und versuchen, sich dann Spiele auszudenken. oder er wird von anderen herausgefordert, die ihn zu einem Spiel. Und deswegen, es geht die, glaube ich, ersten 100. Bro macht einfach Kindheit jetzt hier an, von was geht. Ja, die ersten 100 Kapitel geht es nur darum, dass er halt gegen seine Freunde oder gegen Klassenkameraden halt irgendwelche Spiele spielt. Und die lassen sich dann auch wirklich so unfaire Regeln und so einfallen, die halt dann, keine Ahnung, also das zum Beispiel ein Jojo spielen und dann kommen halt so ältere Typen und verprügeln halt so Kinder mit Jojos. Und dann, ja, dann fordert er die halt heraus zum Jojo und dann schafft er es dann halt. Naja, auf jeden Fall, dass dieses Kartenspiel ist halt einer dieser Spiele und das wurde halt so krass gehypt von den ganzen Lesern, dass die alle geschrieben haben, der muss unbedingt mehr über dieses Kartenspiel machen. Okay, krass. Und dann, deswegen war halt die ersten Kapitel, wo es um dieses Kartenspiel geht, da war halt nur, diese Karten waren einfach nur offensive, defensive, okay, ich schlag dich. So, und es gab Zauber- und Fallenkarten. Und dass jetzt, dass auch so Karten eine Funktion haben oder dass man Karten opfern muss, das wird im Manga dann halt erst später erklärt. Das werden dann so Zusatzregeln, wenn es dann Turniere plötzlich gibt. Und so, deswegen ist das halt, das ist erst über die Zeit entstanden, dass es jetzt halt so ein komplexes Spiel geworden ist. Okay. Weil es am Anfang wirklich nur dieses, ich leg ein Monster und mein Monster ist besser als deins, deswegen gewinne ich. So, und deswegen ist das halt so zustande gekommen, dass die Regeln immer komplexer wurden, ja. Okay, dann ist es vielleicht wirklich daher. Auf jeden Fall, das PlayStation 1 Spiel goaded, übergeil. Leider, glaube ich, nicht als Download für die PS4, PS5 verfügbar, aber, ja. Aber es gibt ein Free-to-Play-Yu-Gi-Oh!-Game. Ja, ich kann mich da auch dran erinnern und das soll auch, glaube ich, gar nicht so scheiße sein. Aber du weißt, ich bin, ich bin Muster in Erinnerung und ich brauche den alten Shit. Ich kann mich jetzt mit meinen 30 Jahren nicht nur irgendwo reinfuchsen. Ey, das müssten wir bei Twitch-Moss streamen. Das wäre, glaube ich, geil. Das ist notiert. Meine Zweitlieblingskarte hat sich tatsächlich erst durch den Manga ein bisschen wieder verstärkt. Ich habe die ein bisschen vergessen. Denn ich hatte nicht nur das Kaiba-Deck damals als Kind, sondern auch das Yunoichi-Deck, also von dem Freund von Yugi. Das ist Joey im Anime? Genau, Joey, genau. Und der hat nämlich den Zeitzauberer. Ah, nice. Das ist so ein Wecker mit so einem Stab in der Hand. Und das Coole bei einem Zeitzauberer ist nicht, dass der jetzt irgendwie stark oder irgendwie, weiß ich nicht, gute Abwehrkräfte hat, sondern der kann halt die Zeit quasi für die anderen Monster quasi nach vorne drehen, sodass zum Beispiel Joey immer seinen Babydrachen spielt und der dann halt zum alten Drachen wird. Das war auch so ein Fusionsding, oder? Genau, genau. Und der konnte dann halt immer die Angriffskräfte und Abwehrkräfte halt ins Unermessliche hochschießen. Und deswegen ist diese Karte voll wertvoll. Und ich fand die auch immer vom Optischen ganz geil. Deswegen, der Zeitzauberer ist jetzt durch den Manga wieder in meinem Kopf gewesen und ist auch tatsächlich, also wenn du den, sag ich mal, in erster Edition im guten Zustand hast, dann kriegst du davon schon echt gut Kohle. Der ist auch, dieses ganze Fusionsding und diese Polymerisationskarte. Wie kompliziert willst du eine Karte nennen? Wirklich. Das stimmt. Aber geil. Nice. Mein letzter Pick, wirklich eine Karte, zu der ich auch eine Verbindung habe, die ich damals, ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann mal hatte, aber es geht um Ginso. Ich weiß nicht, ob du den Arzen kennst. Das ist auch so ein Psycho-Arz. Und ich habe damals häufig Flohmarkt gemacht bei uns vorm örtlichen Supermarkt, so richtig auf American Lifestyle angelehnt. Und da, die Leute waren immer so großzügig. Weißt du, da hast du halt ein Buch abgegeben, wo du nicht mal 50 Cent für bekommen dürftest. Hast dann aber zwei, drei Euro bekommen, weil die einfach nett waren und das supportet haben. Und dann habe ich von meinem gesamten Geld habe ich mir Yu-Gi-Oh!-Karten gekauft und mir vorher noch eine Liste gemacht. Okay, ich will den ziehen, den ziehen, den auch auf jeden Fall. Und Ginso war halt auch mit am Start. Ja, und dann, ich glaube wirklich, 120 Euro, das müssten schon Euro gewesen sein, einfach in Yu-Gi-Oh!-Karten bei uns, in Spiel und Sport, grob, wo du auch immer wie der größte Verbrecher behandelt wurdest. Das war geisteskrank. Das war so ein Spielzeugladen. Die hatten eigentlich eher so, ja, so sechsjährigen Spielzeug, so aus Holz, solche Geschichten. Aber war auch anfangs der einzige Dealer mit Yu-Gi-Oh!-Karten. Und immer, wenn du da warst, ich weiß nicht, ob da so viel geklaut wurde, aber du standst da vor diesen Kartendecks und andauernd diese grimmigen alten Frauen, die dir so über die Schulter geguckt haben und du hast dich gefühlt wie der größte Verbrecher. Ich glaube, das wurde aber auch viel geklaut damals. Gehe ich auch von aus safe. Also ich war denen auch nicht böse, aber es war halt echt kein geiler Vibe da, weil du wirklich wie in so einem Hochsicherheitstrakt hast du dich da gefühlt und dachtest, okay, jetzt gehst du hier mit Handschellen raus, weil du, keine Ahnung, irgendwas zufällig woanders hingelegt hast oder so. Auf jeden Fall, wie ihr euch vorstellen könnt, 120 Euro verbrannt, kein Jinso gehabt, ich glaube, keine der Karten, die ich ziehen wollte, nur Scheiße gehabt und dann bin ich raus, komplett angefangen zu heulen und dann kann ich mich noch erinnern, kam so ein Typ und meinte, hey, was ist denn passiert? Und meinte, ja, ich habe mein ganzes gespartes Geld für Yu-Gi-Oh! Karten ausgegeben und nicht das bekommen, was ich wollte. Und ja, wirklich First World Problems. Aber Jinso halt nicht bekommen, ich weiß nicht, ob ich ihn mir dann nochmal ertauscht habe irgendwann, aber das war größte Geldverschwendung und wenn ihr euch diesen Atzen jetzt reinzieht, also es ist wirklich so ein Psycho-Professor, was weiß ich. Ich glaube, der ist auch in dem Anime spielte, glaube ich, auch eine Rolle und auch eine verdammt starke Karte gewesen, meine ich. Also die war auch schon, die wolltest du im Deck haben, aber der Typ, ich will nicht sagen, der verfolgt mich in meinen Träumen, aber das ist auch wieder so Thema, traumatisches Erlebnis, dieses Pack-Opening, nenne ich es mal und wirklich nur Scheiße da gehabt. Ich war so sauer, so enttäuscht. Das war brutal, wirklich. Ja, Leute, ich werde euch jetzt mit meiner absoluten Lieblingskarte, die habe ich sogar immer in meinem Portemonnaie und ich zeige sie euch jetzt hier und das ist nämlich der blauäugige weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Ja, wie gesagt, ich hatte ja immer das Kaiba-Deck und das ist einfach OG, meine Karte, die ich halt damals halt hatte. Also ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen sind, die Decks. Das wäre auch mal spannend zu wissen. Auf jeden Fall, ich habe nur wegen dieser Karte dieses Deck gekauft, weil Kaiba ja am Anfang auf jeden Fall ja sehr ein großes Arschloch eigentlich ist, aber ich fand diese Karte immer geil und ich fand sein Deck immer cool und diese Karte ist einfach unglaublich fresh, finde ich, vom Artwork. Ja. Und ich habe jetzt ja auch schon überlegt, wie gesagt, da will ich ja auch ein Tattoo mir ja noch machen lassen auf mein Anime-Bein und ich bin ja momentan bei Kuribo stehen geblieben. Stimmt. weil das ja, also ist jetzt nicht einer meiner Lieblingskarten, aber es ist einfach erst mal vom Motiv nicht so total drüber und es ist dann auch wieder dieses If you know, you know und das ist ja wirklich einer der wichtigsten Karten so bei Yui. Ja, jedenfalls super, super schönes Artwork. Ich feiere diesen Vibe. Ich glaube, ich habe es nie geschafft, dass ich den wirklich mal setzen konnte im Spiel. Unmöglich, unmöglich. Aber es ist wirklich so eine geile Karte und allein schon deswegen ist Yu-Gi-Oh einfach King wegen dieser Karte. Ich weiß noch, dass es dann irgend so ein Magazin gab, wo dann dieses andere Artwork am Start war. Da kann ich mich noch daran erinnern. Das war aber nicht mehr so geil. Der sah zwar auch brutal aus, aber dieser OG-Blaugiger W-Drache, auch weißer abgekürzt, wenn ich das so richtig hier gerade sehe. Ja, safe. Unfassbar geil. Und dann da gab es ja auch dann diese Fusion mit dem dreiköpfigen Atzen. Der war ein bisschen OP, glaube ich, mit 4.500 Angriff. Alter, geil. Wirklich ist ein Vibe und ich fühle es. Heutzutage, ich würde halt, es ist so ein bisschen wie bei Pokémon. Ich komme halt nicht rein, weil ich die ganzen neuen Sachen dann gar nicht mehr hinterher kommen. Wahrscheinlich müsste ich so wie du machen und einfach so die OG-Sachen erst mal lesen oder mir anschauen. Ja, obwohl man muss auch sagen, also du, ich habe jetzt auch mir gehofft, dass ich das Spiel dann noch ein bisschen besser begreife, aber das wird durch Manga jetzt nicht mehr deutlich. Also das kann man schon mal vorweg sagen. Also man weiß jetzt nicht, wie das Spiel funktioniert. Es ist auch voll witzig, weil der hier, der Synchronsprecher, der hatte letztens ein Interview und das habe ich mir angeguckt und da wurde auch gefragt, ja, kannst du eigentlich Yu-Gi-Oh! spielen? Und er meinte so, nee, Mann, ich check das gar nicht so. Weil er auch meinte so, naja, im Anime ist es halt dann manchmal so, ja, du verlierst jetzt und dann so, ja, ich glaube jetzt an das Herz der Karten und so. Ja, und genau aus dieser Fusion wird jetzt aus dem Spielfeld ein Meer und deswegen hast du keinen Punkt mehr für die, für den, keine Ahnung, für das Spielfeld. und deswegen mache ich jetzt einen Blitz ins Meer und dann kriegst du einen Donnerschock und stirbst. Und dann schreit die an der Gegner, nein, das kann doch nicht sein. Also deswegen, daher lernt man das jetzt nicht, aber ich habe mir das jetzt auch ein bisschen für die Ferien vorgenommen, auch mal dieses Spiel, dieses Online-Spiel mal mir reinzuziehen, weil habe ich echt Bock drauf, mal so, ich habe halt gar kein, also ich habe jetzt ja auch momentan keine Konsole, außer eine Playstation 2. Und ich habe halt kein, ich sage, alles, was ich mache, hat irgendwie einen Sinn, weißt du? Also, und ich hätte mal wieder Bock auf so eine Aktivität, wo ich wirklich sage, boah, das ist so blöd Sinn. Einfach in dem so eine Zeitverschwendung. Ja, genau. Und ich hätte einfach gern mal wieder so einen Kopf aus, ich mache jetzt einfach mal, weil ja, auch lesen und so ist natürlich auch Zeit für mich und das mache ich auch gerne, sonst würde ich es nicht machen, aber es ist ja trotzdem auch nicht un, also es ist nicht unanstrengend, sage ich mal so. Und deswegen hätte ich gerne mal wieder sowas, wo ich sage, nee, ich verziehe mich jetzt mal an den Schreibtisch und zocke jetzt einfach mal so zwei Stunden Yu-Gi-Oh! Richtig bescheuert. Naja, ihr merkt schon. Geil, wirklich. Ich bin aber gerade, also hat Bock gemacht, jetzt zu quatschen. Ich denke auch gerade an die ganzen alten Folgen. Ich weiß gar nicht, Kaiba wird ja irgendwann so ein bisschen besser, oder? der ist ja anfangs Arschloch mit seiner scheiß GmbH, die er da aufgezogen hat. Und dann kommt er auch noch. Kaiba Corporation. Genau, und dann kommt er sein Bruder, glaube ich noch, Mokuba heißt der, Mokuba, ja, richtig. Und der ist dann ja aber so im Team Yu-Gi-Oh! Und ich glaube, wird er nicht auch besessen von, Digga, ganz, ganz viele Türen, die hier gerade auch in meinem Kopf. Ja, mit Pegasus, der nimmt ihn gefangen und dann müssen die versuchen, ihn zu befreien, indem sie das Turnier gewinnen. Und ja, ja, also, seid geil, also, muss auch sagen, das ist echt ein bisschen underrated, also, ich würde jetzt niemandem Yu-Gi-Oh! empfehlen zu lesen oder zu gucken, der halt wirklich gar keinen Bezug dazu hat. Weil ich glaube, das ist echt schwer, da jetzt reinzukommen, ohne diesen Hype mitgemacht zu haben damals. Aber, was ich wirklich auch total unterschätzt habe und deswegen habe ich Yu-Gi auch immer so vor mir her geschoben als Manga, weil ich immer so dachte, oh nee, ich glaube, das feiere ich nicht, das zu lesen, ist einfach, dass man diese Backstory auch völlig unterschätzt, weil so auch die ganze Geschichte um Yu-Gi, warum lebt er bei seinem Opa, was passiert da eigentlich mit diesem Millennium-Puzzle, warum ist er so besessen in manchen Situationen. Das ist halt voll geil gemacht und das ist total, also kommt halt überhaupt nicht rüber im Anime, finde ich. Da geht es ja wirklich immer nur so, ja, ich spiele dieses Monster und hier und da. Hat auch seinen Charme, aber wie gesagt, es macht echt richtig Freude, wenn man da mal so irgendwelchen Bezug hatte in der Kindheit, in der Jugend, dann ist das echt mega geil. Ich bin manchmal in so einem TikTok-Algorithmus, wo mir dann so Clips von Yu-Gi-Oh! auch teilweise dann von Pokémon und Dragon Ball angezeigt werden und da bin ich dann auch am Start, wenn das so fünf Minuten Videos sind, auch aus einer Folge so rausgecuttet, fühle ich unnormal. Ja. So geil, aber ja, ob ich es nochmal schaffe, mir das anzugucken. Ich bräuchte so ein bisschen, und das wird der Sache auch nicht gereicht, so einfach so so Highlight-Dinger, weißt du, so die geilen Sachen und diesen ganzen, so wie es, was war das, wo ein bisschen was rausgeschnitten ist und nur die Highlights? One Piece, One Piece. Ja, okay, so mäßig, wo ich nur die geilen Sachen habe, aber ja, mal schauen. Auf jeden Fall sehr schön und ich hoffe, wir konnten jetzt alle nochmal so ein bisschen in den Augen schwelgen und haben nicht allzu viele ZuhörerInnen hier gerade verloren. Ach, Quatsch. Also, wer hat das beste Kartenspiel hier verpasst, der ist selber schuld. Richtig. Lass mal Mucke machen. Yes. Also, Picks für die Sneelist, nicht selber. Oder ein Collabo-Album. Oder ein Collabo-Album. Darauf warten die Leute. Was hast du für einen Klassiker am Start? Ich lerne jetzt ja seit, heute sind es 54 Tage habe ich die Streak bei Duolingo. Ich habe 18 Tage. Und ich bin am Start. Sehr schön, sehr schön. Und momentan, ich fühle das total gerade mit Französisch. Also, ich versuche auch wirklich immer jetzt ein bisschen was durchzulesen auf Französisch und bin da echt gewillt, dass ich wieder so ein bisschen ein Fundament habe, dass ich sagen kann, ich finde mich zurecht im Ausland mit dieser Sprache. Und deswegen habe ich auch mal wieder alte Mucke rausgesucht, weil ich damals mal eine Zeit hatte, wo ich echt viel französischen Rap gehört habe. Und vorneweg natürlich Section Dossot. Stark. Die hatten das wunderbare Album L'Ecole des Poins Viteaux. Und das wirklich, also jeder kennt Desolé beispielsweise. Das war ja der Radio-Hit damals. Aber auch so Maugasseur zum Beispiel. Und ich habe das jetzt wirklich seit 14 Jahren das erste Mal wieder durchgehört. Weil normalerweise ist ich so, ey geil, den Song, auf den habe ich Bock, höre ich mir an. Und jetzt habe ich es mir wirklich mal vorgenommen, okay, ich höre das jetzt einfach mal durch. Und, ey, das sind so viele krasse Banger dabei. Also, echt eine Schande, dass sie nicht mehr so zusammen Mucke machen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, der Song, den ich euch in die Pistines packe, ist Il Alpesa. Il Alpesa. Sie, Alpesa heißt auch Namen. Ja, sie heißen so. Ah, Il Alpesa, ja, okay, okay, krass. Boah, ey, französisch. Eigentlich eine geile Sprache, aber durch die Schulzeit, ich hatte da nicht die geilsten Lehrer, wirklich ein bisschen gebranntmarkt. Ja, fühle ich. Duolingo regelt. Ja. Mein Klassiker, ich habe nicht so viel dazu zu erzählen, außer, dass ich eben Samstag auf einem Konzert war, Frankfurter Zoo, DCV, DNS, Celo und Abdi, glaube ich, auch einer der remarkablesten Songs und auch Story on Point und das war dann der vorletzte Track gestern und das ging nochmal richtig hart. Leider waren Celo und Abdi überraschenderweise nicht am Start, aber DCV und Hermann Weiß haben dann abgerissen und auch die Celo und Abdi Parts mit gerappt. Extrem geil gewesen. Geiler Song. Ey, ich habe tatsächlich mir jetzt auch dann die Aufgabe gemacht in dem Sinne, ich möchte neue Artists aus Frankreich mal wieder hören und finden und habe dann, wie ich, also damals habe ich ja richtig oft so auf dem MC-Forum und so rumgehangen und habe dann irgendwelche Threads durchgelesen, das sind die Newcomers 2008 oder so und das habe ich jetzt wieder versucht und habe wirklich so Artikel gefunden, so aus französischem Magazin, so das sind die R'n'B-Künstler, das sind die Rapper, die 2024 durch die Decke gehen und habe mich da ein bisschen durchgehört. Boah, ein paar waren echt schwierig, weil... Digga, ich wünsche echt, ich wäre so motiviert wie du. Sorry, dass ich unterbrechen muss. Das ist so krass. Das ist so krass. ich habe halt Bock, einfach neue Mucke zu hören. Ich hau Haftbefehl auf die Liste. Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Artists gefunden, die ich richtig geil finde. Der eine ist so total Newschool-R'n'B-Schiene und der andere, ich würde sogar sagen, das ist so ein OG-Kimo-Typ. Ein bisschen melodischer und ich muss aber auch sagen, ich habe viele Songs gehört, wo ich dachte, boah, da muss man die Sprache anders checken, damit man es fühlt. Ein Song aber, den ich jetzt von ihm sehr fühle, packe ich euch rauf und zwar heißt der Mann erst mal Jola Green 23 oder Ventre, wie es dann richtig heißt und der Song heißt Douceur Minuit. Okay, da bin ich gespannt, wirklich. Ja, also am Anfang denkt man so, okay, ist schwierig reinzukommen, aber ey, wenn man den Song einmal gehört hat, das hat was, das hat was. Aber irgendwie, man kriegt ja leider auch so wenig mit. Klar, man hat so mal so UK-Rapper, aber auch generell so Spanien, Frankreich, ich glaube aus Italien gab es irgendeinen, der auch so ein bisschen über den Teich berühmt war oder Fame war. Oh, ich fand aber hier die, die MHD-Sachen, die waren ja riesig. Ja gut, aber abseits davon, irgendwelche Upcoming, Rapper in dem Sinne, vielleicht auch so ein bisschen mit so Straßen-Background, vielleicht kriege ich es auch nicht mit, wahrscheinlich ist es eher das. Also Bubba war natürlich auch ein Riesentyp, so, aber ich weiß schon, was du meinst, also man muss schon wirklich Bock haben, sich das reinzuziehen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auf der Suche für euch Leute, ich suche jetzt geile neue Künstler für uns und Jola Green 23 auf jeden Fall reinziehen, ich habe den sehr enjoyed, den Typen. Ja, bei mir bleibt natürlich alles beim Alten und es ist ein Song fast, es ist ein Song rausgekommen, auf den ich schon lange gewartet habe und zwar Kalim und OG Kimo Watch the Body Drop, brutaler Song, leider wie so oft, so ein bisschen Kalim-Krankheit, ein bisschen zu kurz, ich glaube zwei Minuten dreißig oder so, aber Digga, ist brutales Brett und ich habe mich sehr gefreut, dass der endlich draußen war. Es gab schon länger den TikTok-Sound, irgendwie so 30 Sekunden, dass der echte Song jetzt halt nur viermal so lang geht, gefühlt ist ein bisschen schade, aber Digga, ist so ein brutaler Vibe und ich bin sehr happy. Ich dachte erst, dass das über dieses Bezäsien-Album rausgekommen ist, aber das war unabhängig davon, weil das hat mir auch so ein bisschen Bezäsien-Vibes gegeben, der hat ja auch ein krasses Album, ich habe noch nicht reingehört, mit allen angesagten Künstlern unserer Zeit irgendwie am Start, werde ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen und spätestens in der Patreon-Folge hoffentlich drüber berichten, aber Watch the Body Drop, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr Bock habt auf richtig geile deutschen Hip-Hop, dann seid ihr da richtig und bei DCV, Dennis. Gut, liebe Leute, haben wir es wieder. Wir haben den Dienstag rumgebracht, viel, viel Spaß mit der nächsten anstehenden Woche, fiebert dem Event des Jahres entgegen, es ist Ende Oktober endlich wieder soweit, was da auch immer auf uns zukommen wird. Ja, genießt die Halloween-Zeit, guckt ein paar Horrorfilme, ich mache das momentan auch. Ey, Terrifier 3, bist du irgendwie hyped oder bist du komplett raus bei der ganzen Nummer? Das ist ja gerade wirklich so im Vergleich zu Joker das Pendant dazu. Also ganz kurz dazu, Terrifier, ich habe es immer schon gehört und ich habe tatsächlich jetzt durch den Podcast von Robert und David sehr viel drüber gehört, weil die sich nochmal alle Filme reingezogen haben und was die erzählt haben, hat mich jetzt nicht so gehypt, muss ich sagen. Ich war schon bei dtm.at und wollte schon bestellen, Uncut. Aber ja, ich würde es wirklich gerne sehen. Also ich würde es mir mit dir zum Beispiel angucken, weißt du so? Aber es wäre jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, das gucke ich mir jetzt zu Hause an, weil nee, da muss schon ein bisschen mehr. Ja, ich bin ein bisschen hyped, aber ich bin auch immer schnell hyped und der Film, der soll ja brutal sein, aber soll auch ganz gut sein. Und in dem gleichen Atemzug, jetzt driftet das den in eine ganz komische Richtung, ey, Human Centipide, haben wir schon mal drüber gesprochen, hast du den mal geguckt? Nein, würde ich auch nicht gucken. Ich bin irgendwie neugierig, aber ich traue mich nicht. Nee, das ist, Digga, das sind so Horrorfilme, die haben so einen Selling Point und der ist so widerlich, dass ich mir so denke, nee, das schockt mich jetzt aber auch nicht an. Ja, ich bin, ein bisschen neugierig. Ja, aber ich meine, es gibt drei Teile und der zweite, den gibt es in schwarz, weiß und in Farbe. Irgendwie, ich weiß, ich bin sehr neugierig, aber sie sind auch arschteuer, ne? Also, vielleicht muss ich mal einen Plug in Österreich kontaktieren, wer weiß. Nee, okay, ey, alles da, Freunde, habt eine schöne Halloweenzeit, alles Gute und, ja, Freunde, vielen, vielen Dank für den Support. Fünf Sterne bei Apple dalassen, liebe Grüße in die Familiengruppen dieser Welt und wir hören uns spätestens nächste Woche Dienstag, wenn es wieder heißt, tschüss, es tut da ja, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiedet, gerne von den wunderbaren, wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.